Deutschland sollte an, dass es mehr von Ihnen gewonnen ist, aber die Frauen leiden völlig neu. Die größte Fanboy-Fanboy-Fanboy-Fanboy-Fanboy-Fanboy-Fanboy. Und auf den größten Können an der Welt wollen wir heute Abend, wenn es geht, die größte Party der Welt feiern. Habt ihr da Bock drauf? Ah Mann ey, und ich hab echt schlecht geschlafen heute, muss ich sagen, aber ich tippe auf knappes 2 zu 1. Ja, aber für Deutschland? Ja, natürlich für Deutschland. Auch mit meinem kleinen französischen Restaurant bin ich heute für Deutschland, obwohl es ja auch ein ganz klein bisschen Frankreich schlägt. Das ist ja gar keine Frage. Jetzt schlägt euer Herz mal für Dance-Music vom allerfeinsten Freude Römer Lanz, Leute. Zweite Single ist da, endlich sind sie in den Dance-Charts angekommen, touren gerade durch die Gegend. Die sind heute mal hier, waren gerade in Spanien, morgen wieder nach Barcelona. So wie man das da macht, so wie man das halt macht. Und heute sind sie für euch auf der Fanmeile und ihr Name ist Programm. Hier sind sie für euch, featuring Sarah Morskes, Römer Zermer. Hallo meine Lieben, wie gibt es euch? Das ist unsere neue Single, Only Us. Okay, ihr könnt alle Hände sehen, put your hands up. Und in eure Hände. Und den Klappchen im Takt. Und den Klappchen im Takt. Und den Klappchen im Takt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020